hey alle zusammen willkommen bei grounded ich der jay gatsby und da hinten der marcel hallo 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 komm ich mal zu dir rüber weil wir haben auch noch ein labor gefunden und da will ich jetzt mal fix hin und dann geht das gleich weiter hier denn wir wollen auf den terrassentisch aber schon mal ein bisschen rumprobieren müssen weil das ist gar nicht so einfach aber es geht es geht natürlich so oder haben wir es da ist das labor entdeckt hat man das vorhin schon aber kein problem dementsprechend zeigt euch noch mal schnell das heißt auf der map wo ist das ganze hier so unsere base ist hier hinten falls ihr das seht ich glaube dem mauszeiger könnt ihr gar nicht sehen das ist natürlich blöd also hinten am teich da haben wir unsere base und ja hier sind wir jetzt alles klar guten moment halt was hell ist natürlich schon wieder vorgerannt wo ist er doch ok ich komme und der gleiter wieder nicht rausgekommen hat so ein ärger was will ich denn da ja schön da kommen wir nicht so richtig gut hoch definitiv nein mal gucken welches ding geht auch nicht wieso kommt der gleiter nicht raus ich habe ihn noch ausgerüstet also bis vorhin so gut ein bisschen schwach auf der brust ist er dann hole ich den erstmal raus und den schmalz weg so haben wir das schon mal wieder wo bist du jetzt so hoch alles klar ok also letztendlich über die gräser bist du da hoch gekommen kannst du genau wenn wir so und probieren und so weiter und gerade nicht im inventar seine gleiter ausrüsten hätten was auch gesehen naja nicht so schlimm lass uns laufen immer weiter laufen wie sieht es aus termiten noch mal pure wissenschaft nice wollen wir uns die termiten dieses mal auch wiederholen ja denn ich habe etwas lustiges entdeckt gibt es eine rüstung es war erst mal ein oberteil aber besser als nichts dadurch kann man schneller ernten und so was cool was wolltest du denn da hast du gedacht was du da findest ja das ist irgendwas lustig ist da gibt was wo willst du hin warum warum da eh hin müssen ja und das auch den normalen weg nehmen wir immer weil du bist du wie er nicht schaffst ja erzähl doch nicht erzähle doch nicht so ein bisschen weit sein das war aber nichts wird wegen normalen weg jetzt auf einmal jetzt wo ich hier drüben bin hier habe ich aber nicht ganz ja drüben leider nur drüben oben drauf der ist so möglich schreibt es mir in den kommentaren wenn ich immer ordentlich verprügeln soll ja schlimmen welche armee die armee der toten auferstehen lassen hier ja die sache mit dem grill jetzt muss ich kurz die rüstung wechseln warte mal so haben wir den deckel der poncho oder brustrüstung wie auch immer und ist da ok und schon geht's los bevor wir termin mitnehmen holen muss man ja das ist eine gute idee die sollten wir auf jeden fall holen rutsche ruht nur knapp kommt schon lust 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 oder auf der brach drin ok kommt zurück flink ja wo ist er hin da unten ins loch oder was nee das ist ja doch mehr also ja sowas in tünnchen der ist nicht so dramatisch ja doch eigentlich schon so ziemlich warum mehrmals brauchen die dinger für die juwelen ist ja gut ist aber jetzt in die dringend dramatisch weil wir eigentlich was anderes vorhaben ja und wenn es dazwischen kunden dazwischen ja wenn er jetzt also wenn es geklappt hätte ja klar natürlich aber ich jetzt gehe ich nicht erst aufjagd deswegen und hier nicht rüber und nicht trinken ist das ist was was wie ach moment irgendwie aus den augen verloren das bei dir noch mal spinner totaler spinner wo bist du lang bist du nach unten ja ach so okay dann bist du gleich nach unten weggeglitten jetzt haben wir sagen können habe ich nur so gesagt nase oder wollen war ich habe den beweis hier ist nicht schon wieder ja macht ja nichts es gibt ja noch mehr von denen wieso musst du dich unbedingt mit der larve anlegen was kommen soll auch absicht pure absicht ich kenne dich doch wenn irgendwo gefahren lauern und marcel muss sofort hinlaufen ja genau du ich sollte mich mal ein bisschen halten hier denn ein bisschen was abgekriegt habe ich ja nun doch mal gucken ob wir hier noch mehr finden wäre schon cool wenn die sind echt lästig genau ich denke ich denke das ding ab und du haust so machen wir es wollen seitdem sie die wappen gehört haben noch ein nervt mich nicht ab hier nervt mich nicht ab drecksviecher ein bisschen heilung wieder verloren bzw gesundheit müsste irgendwo noch einer sein deswegen links links mal hier mal da also momentan sehe ich hier keinen ja und im übrigen erstmal entschuldigung für die letzte folge ich habe ein neues programm ausprobiert das war keine gute idee ich mache das jetzt wieder so wie es früher gemacht habe das ist viel viel besser ich hoffe doch zumindest das wäre schön ja ist jetzt schon wieder hin dass der typ auch nicht reden kann ja man mann 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 wir sind auf der suche nach den nashornkäfern plötzlich ja oben wo hat man die beste aus haus auf wo hat man die beste aussicht so von hier oben sehen wir auch nichts aber hinten könnten dinge sein diese scharfen brocken sie die packung 23 stücke müssen ja ich laufe ich bin doch gerade am laufen siehst du das nicht ich meine runter also nicht doch so schade eigentlich langweilig das dauert mehr zum reisen langer musik seiner sein ach da ist der handschuh und von hier aus sehen tue ich jetzt zumindest keine brocken mal gucken vielleicht doch doch da hinten nein das wäre zu einfach gibt es doch nicht weißt du was wir gehen jetzt zum tisch und nach dem tisch gehen wir hier noch mal her und gucken nach den nashornkäfern so mau es ist eine bessere idee bin ich voll dafür also auf luft und jetzt los nein hallo marcel ja geflogen aber ich hatte ihn ja gibt es ja nicht ja gut okay wir spielen die beta nicht immer funktioniert alles perfekt und die einladung du musst den haus nochmal neu starten hat nicht geklappt damit unsere zuschauer vor langweilig sterben muss ich irgendwas hier erzählen oder ein das einfachen kart vielleicht weiß ich noch nicht aber die einladung ist angekommen ob sie stehen auch noch genau da wo ich eben gerade geflogen bin und es gab ein problem beim beitreten zum spiel überprüfe ob das spielpasswort korrekt ist ja das ist nicht weil das spiel war zu die einnahmen jetzt annehmen habe ich doch habe ich getan prima prima wenn ich da genau stehe wo ich vorher gewesen bin dann ist es ja kein problem da kann ich rumkappen wüsstest du ich war gar nicht sowieso so ist es nicht so los hier hop 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 rein da man man muss einmal klappt klappt auch immer wieder so weiter geht's endlich hat es geklappt ewig dasselbe da fliegt man einfach raus ja schön ist das nicht okay dahinten ist der termiten hügel aber jetzt auch mal hin schick und keine sorge ganz so einfach ist das nicht denn die biester sind ganz schön in hoher zahl da ja was er noch da hallo ja gut schnell noch mal heilen na 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 ja ja ist ja gut von allen seiten greifen waren die rotzen ja auch noch um so in dies die kleinen machen nicht so viel schaden was kann das ding hier einstecken das gibt es doch nicht noch einen moment moment was hält bist du noch da ja du hast gerade deine eigenen probleme ja es ist voll lästig hier mit den piechern das ganze nestleer machen erst mal was halten die denn aus gibt es doch nicht unfassbar die viecher da ich momentan ähnlich ab wäre ja das geht viel besser so wie inventar voll auch nö wieder so viel aufgenommen zwischendurch wenn ich den es das ist gar nicht schlecht schon wieder einen platz mehr läuft wie viel platz hast du noch in der tasche das ist gut ich habe zur sicherheit einiges eingepackt und dementsprechend hallo hier mit der keule kriegt man die termiten ziemlich gut kaputt allerdings habe ich kein schild nur so als information macht man nicht mehr schaden ist aber dafür auch extrem langsam aber das macht nichts aber es haut gut rein ein bisschen dunkel ja und lass uns mal versuchen die boge chip noch zu kriegen heute mal gucken wo wir abbiegen müssen wenn schon wieder draußen misst mit dem probiere sich doch schon wieder kommt niemand jojo mit später auch richtig genau für die besseren pfeile gibt es jetzt die splitter ganz genau ja ich dachte ich habe es nicht korrekt erwischt weißt du und gleich noch mal hinterher gesprungen und das war natürlich ein fehler so jetzt man passiert ja ja da ist auch mein gang wird seine idee nehmen wir mal mal wie bist du da jetzt über den nagel naja würde ich sagen ob noch nicht so einfach dahin zu kommen so nebenbei bemerkt ja mal schauen oh ja das geht alles weggeditelt unfair ja das ist gut und hast du dich auch einmal durchgeheilt natürlich nicht ich verschwinde doch keine tränke sie zu so na kommt kommt schon kommt schon ja ja ist ja gut daneben also noch eine bombe zufällig dabei eine gute idee leute entscheidet euch das ist unfair das ist so unfair echt das ist aber ich noch ein bisschen solle dicht dran jetzt sehe ich hier kommen noch was wir sollten das zu zweit machen mein himmel ist total immer jetzt naja ich habe noch die andere rüstung die jetzt alleine schaffen das weiß ich nicht keine ahnung keine ahnung brutal brutal jetzt war ein bisschen viele jetzt irgendwie sind immer mehr gewohnt 432 ja sehr schön sehr gut sehr gut sehr gut danke dir mit als voll toll endlich naja gut wenn wir nämlich schon mal die andere rüstung ich habe mal deine rüstung aufgenommen ja habe ich gesehen super danke hast du noch ein teil davon bei dir drin gute frage moment ich finde gerade die ach da sind sie du müsstest den hut haben moment doch der hut ist noch da ja der hut ist noch da denn dass man wieder nach hause hier in zwei wieder nach hause also meine rüstung fast komplett im arsch man schild ist im arsch ja keine chance so sieht das aus momentan so sieht das aus es sei denn wir rasen jetzt sind nicht hier durch und gehen direkt zum dingens wo ist man essen gehen direkt zum terrassentisch also wieder zurück hier so dann lasst uns lieber den terrassentisch machen bevor wir sinnlos zurück laufen die rüstung reparieren und noch mal hier her müssen würde ich sagen naja später noch eine ordentliche strategie für die vier fünf ja ja also das ist nicht ganz so einfach schild bringt gar nichts nicht wirklich nicht wirklich ja muss ich sagen also ja ich habe ja ein paar wieder aufgesammelt also nicht ganz so dramatisch ganz gut geklappt eigentlich gerade so entweder nimmst du die mit oder ich nehme die mit ist mir egal ja genau kommt davon ein mischling so da würde ich sagen die ganze zeit die dinger sammeln muss wieso getrunken das reicht erst mal hin finde schon super auf den tisch zu kommen ist ein bisschen tricky das funktioniert ja ich weiß nicht wie was du schaffst du schaffst es nicht her bis dahin bin ich so hungrig dass ich genau sagen willst du vielleicht was zu essen haben warum so lange machen was ganz alleine hoch wenn du meinst dann mache ich das würde sagen wenn ich dann da oben auf dem hammer stehe dann tust du einmal speichern für den fall dass es daneben geht dann muss ich da nicht extra hochlaufen auch als kleiner tipp für euch ihr könnt das ohne weiteres machen es ist kein kein schummeln nicht umsonst haben wir speicherpunkte beziehungsweise auch automatische das ist völlig legitim das kann man so machen ok also das ist der tisch wo wir hinwollen und beziehungsweise drauf und wer hätte gedacht wir wir müssen natürlich über den stuhl dorthin nur ja nun schade dass mal wieder dunkel ist aber egal 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 wie würde ich hätte trotzdem gerne die dings gehabt aber die brauchen wir auch für die rüstung die terminen also die melden die melden ja 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 wie viele nashornkäfer bräuchten wir denn jetzt eigentlich noch wegen dem hammer habe ich gerade nur das eine horn also dann würde ich sagen rückweg machen wir uns dann noch mal da lang wo der nashornkäfer wahrscheinlich spawnt vielleicht haben wir glück vielleicht haben wir ja glück okay also einmal über die dose da ich hier mit der willow spiele und marcel mit der hoops nicht falsch verstehen also getränkedose ich muss ein bisschen präzisieren ist vielleicht besser ja da unten auf der sitzfläche sind ja milben ameisen alles greift uns an auf den stress habe ich kein bock das heißt ich lass schon mal hier hoch und denn hier die stuhlkante ist perfekt dafür einfach einmal rüber laufen und wir haben es schon fast nein na gut okay dann noch mal von vorne so viel stress gibt es jetzt hier nicht na ja bla 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 jetzt noch nicht jetzt kannst du speichern die batzen sind natürlich nicht wieder nachgespawnt allerdings auf dem stuhl liegt eins nur auf den stress habe ich irgendwie gerade kein bock hier auf dem stuhl haben wir den schafen waren ja diese ja 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 stimmt 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 so gespeichert hast du jetzt eben gerade ja oder ja muss halt zwei schritte laufen na gut dann dann geht es ja noch okay dann wollen wir mal gucken wenn ich den richtigen absprungpunkt kriege und so weiter den gleiter raus wenn das mal funktioniert halt ich gucke erst mal nach dem gleiter ja ich tauschen zur sicherheit einmal aus man kann nie wissen und das müsste reichen also dann starten wir mal durch ja das sieht gut aus ja 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 perfekt so da liegt ein riesig großer skip allerdings liegt da kein kleiner skip für uns sehr schade aber wo es gab so wohl nicht eingefunden gehabt ja wir gehen auch andersrum noch mal zurück dann gehen wir doch daran vorbei denn wir haben ja auch eine seilrutsche gebaut die wir dann demnächst noch komplettieren wollen ja ansonsten haben wir hier ein schickes buch normalerweise liegen hier die zuckerstückchen rum und sehr lecker fingernägel entdeckt schmutzige aschenpächer genau ja wir sind hier schon mal gewesen der naggeknipser liegt hier rum hallo so ok prima prima mal gucken so wenn ich das richtig sehe das kochummi ist auch nicht nachgespawnt ach so ja warum habe ich den entdeckt obwohl wir schon hier gewesen sind wir haben wieder zurück gesetzt zur sicherheit und verstehst du da oben noch rum ich dachte wir wollten wieder zurück ja ich war dachte ach so dahin soll ja nach hohen nach hohenkäfer mit kaum rüstung müssen blöd wieso ja 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 alles klar ok ok was gewonnen stimmt das recht nicht so gut nicht so gut das wohl funktioniert ja na klar so na komm schon los aus pendeln ja los ja ja so dunkel wie es ist das sowieso perfekt wenn wir ankommen dann können wir gleich mal eine runde pendeln ist es wieder hell mal schauen hier latsch mal so weit so gut über die mauer zurück würde ich sagen oder hier die fläche ist ziemlich ungrün auch schön meine press aus dem schon mal stein damit ach ja richtig müsste ich eigentlich haben wird vorhin schon welche einstecken aber da war es mit dem platz richtig knapp da liegt noch was rum nimmst doch mit hallo hier noch was definitiv heute steck ein und weiter geht hier das ist natürlich unschön dass es so dunkel ist tut mir leid tut mir leid ich weiß aber den würde ich jetzt nicht auch noch vorbei land obwohl doch kann ich eigentlich machen ist egal so machen wir das ja kommt hoch hier ok kommst du oder sammelst du noch ja wie du bist auf dem weg hierher sieht das gerade nicht so aus nicht unbedingt ist ein bisschen zickzack naja weißt du was weißt du mehr ja hier ist eine perfekte stelle für eine sei rutsche zur base runter wo nicht so weit laufen ach beim nächsten mal alles mit seiner rutschen volkler natürlich dafür sind sie da nicht nur die spinnen dürfen wir geben wir auch aber sieht hässlich aus auch was das sieht nichts hässlich aus natürlich nicht so was ich behalten welches scheiße aus was nein 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 doch 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 das bleibt so es muss nicht nur die gefallen sondern auch mir ja aber das nutzen wir doch edi was nutzen wir eh nie die seilrutsche da warum nicht wer sagt das ich hatte jetzt noch einmal am fahrern sehen also ist auch gebraucht haben ja ja wir sind auch schon ein paar mal in dem gebiet gewesen und hatten das ding nicht und mussten dann eben halt hier runter springen irgendwo in den teich hinein das war als wie der hecke war ja richtig und wir wollen noch mal zum brotmutter und 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 also das bleibt so wie es ist also ich habe das gefühl ja ganz nicht doch nicht gut little myriad und little jay sind letzt letztendlich vorhin ausgebüxt wie hat man das mal zurückgeholt war gar nicht so einfach ganz schön lange gedauert deswegen immer schön die tür zu ja genau wir haben nur fast eine dreiviertel stunde gebraucht genau das war total du ich habe mit einem maus klick ihnen zurückgekriegt ja ja genau ja das glaube ich aber nicht weil ich war nicht da ja aber sein sportpunkt war ja durch das haus hier im haus bei uns und als ich die zurück gesetzt habe war er nicht unter der erde es war in keine ahnung anzeige fehler der war hier und unterwegs auf einmal schön aber nicht so der war ja irgendwie genau komisch und dementsprechend habe ich das entsprechend komplett durchziehen müssen deswegen er war nicht ganz so gehorsam wie er hätte sein sollen aber naja okay ja dann würde ich sagen wir werden jetzt erst mal eine runde schlafen und ja dann sehen wir uns beim nächsten mal ciao